yo moin leute hallo herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und wenn ihr heute auf den datum guckt dann seht ihr hier auf dem datum stehen den 15 märz und ihr seht auch oben im titel was stehen das bedeutet heute ist ein tag vor dem offiziellen erscheinungstermin dieser geilen box hier und das ist die mysteriöse pokémon collection von selebi und hier haben wir schon den geilen pin wir haben die geile promo karte wir haben zwei generationen booster 20 jahre pokémon es geht weiter mit celle wie wir hatten wir haben das set komplett trotzdem wollen wir uns das selebi geben wie gewohnt hier ein tag auf meinem kanal vorher und selebi steht dir zu diensten mysteriöses pokémon sind seltener und geheimnisvolle wesen die nach belieben erscheinen und genauso schnell wieder verschwinden jetzt kannst du durch die mysteriöse pokémon kollektion selle wie das pokémon sammelkartenspiel ist eine völlig neue spielebene betreten wir haben ein nie dagewesenen holographischen pokémon karte mit selbi einen sammler pin mit selbi zwei spezielle booster packs der sets generationen und ein kaot der dann selbi sleeves und so weiter und die promokarte und so weiter freischaltet wir gönnen uns heute eine box und morgen werden wir uns weitere gönnen so wir machen jetzt einfach mal auf ich bin richtig froh dass ich die box heute wieder schon aufmachen durfte von meinem händler und das ist echt richtig richtig geil morgen kommen die restlichen boxen und ja zur primäre geben wir uns heute die erste box stimmen also hin so dann haben wir hier den inhalt ich zeig gleich mal was da drinnen ist dann haben wir hier die zwei booster packs aus generationen einmal mit tourtop vorne drauf und einmal mit klurack dann haben wir hier den selbi pin also wenn der mal nicht geil ist dann weiß ich es auch nicht mehr ist mega schön selbi pin hammer und das wichtigste sei jetzt einfach mal für mich weil ich ja ich stelle ich mal hier wieder hin weil ich ja das set schon komplett habe ich filme übrigens wieder mit meinem handy wenn man das merkt für mich das wichtigste weil ich das set ja schon komplett habe ist für mich das selbi das selbi promo hier haben wir den online code hier ist das selbi promo hat die attacke huft der zeit wirf eine münze durch suche bei kopf dein deck nach einer karte zu der sich eins seiner pokémon entwickeln und lege sie auf jenes pokémon die jenes pokémon dies zählt als entwicklung des pokémon mische anschließend entdeckt die ist nicht mal so bad die karte nicht mal so schlecht und ist auch eine wunderbare karte und egelsamen heilt zehn schadens punkte bei diesem pokémon macht noch zehn damage aber um das geht ja nicht mal um spielbare sondern einfach wie geil diese karte aussieht und ja wir machen jetzt natürlich die beiden booster auf und gucken mal was wir da ziehen werden so unser kartendrick geht so und wir haben hier ich hoffe das sieht man so ein mauzi ein rihorn ein ponita ein muschers einen die wir einen energieumschalter ein panty moss oh mein gott geil eine reverse psycho energie die ist mega geil und unsere rehr ist ein ne das ist nicht unsere rehr ein sabayone haben wir hier noch in ancient trade und ein tour talk ex jawoll mega geil hydro druck hat es hier noch als attacke mega geil tour talk wer das braucht kann sich bei mir melden und wir machen mit dem jura pack weiter so der die karten so müsste das passen so dann haben wir ein flagmon ein paras ein rihorn ein zubat ein schluck pokker als der radian collection einen pokémon einen schmetterhammer ein reverse krabbi krabbi ist die reverse ein radian collection ddn und unsere rare ist ein nokchan mega wie gesagt mega 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 ich zeige euch noch mal hier die puls hier haben wir zwar der radian collection eine psycho energie ich zeige euch das einfach mal also hier hier haben wir die karten die ankommen und also radian collection karten und hier das geile tour talk und das selle wie und hier noch mal im pin mega geil holt euch die selle box wenn ihr noch karten von dem set braucht oder einfach nur die promo karte wollt wenn ihr eine ergattern könnt gönnen sie euch und holen sie euch das war's von diesem primären video morgen kommen die weiteren boxen von selle wie das war's von mir ich hoffe euch hat der einstieg gefallen wenn es so ist dann geht mir noch einen daumen nach oben das war's von mir und ich sage tschüss bis dann